und weiter geht es mit amazing battle creatures wie ihr seht habe ich jetzt 2 kreaturen hier am start wir nehmen mal im check und pimpen den erstmal wie davon haben wir 121 hier von den teilen damit können wir den erstmal auf pimpen das machen wir jetzt so gleich mal also wir trainieren ihn praktisch erhöhte chance auf einen kritischen treffer yes das ist schon mal cool machen wir gleich noch mal noch mal noch mal noch mal und noch mal jetzt haben wir die maximale power jetzt gehen wir schließen wir das hier oben und gehen ins spiel jetzt checken wir im kapitel nummer 1 das level hier und gehen auf kämpfen da wären glummel besser gewesen hättet den anderen drachen trainiert aber das ist egal wir fangen einfach mal an so das zieht 10er ab und das zieht 11er ab oha da haben wir ja schon was mitgekriegt aber das ist egal müssen wir durch cool den haben wir schon zerstört nee doch nicht schade eigentlich aber sieht schon ganz gut aus für uns würde ich sagen oha jetzt haben wir ganz schön hier mitgekriegt aber also ja vielleicht packen wir trotzdem kritischer treffer das war gut den hauen wir jetzt um und jetzt haben wir noch den vor uns aber der ist ganz schön stark jetzt haben wir uns erstmal gesund gemacht und jetzt können wir auf den yes das haben wir geschafft wir sehen uns in der arena wir haben gewonnen coole sache jetzt haben wir auch belohnung bekommen geil eine neue kreatur aquit haben wir bekommen geile sache gucken wir uns erstmal an das ist ein cooles vieh das besteht aus wasser den können wir jetzt auch trainieren 22 haben wir aber das lassen wir erstmal wir gehen jetzt wieder ins spiel und zocken das nächste map und gehen auf kämpfen vorher schlagen den power 380 ich glaube wenn wir pech haben schaffen wir das nicht mal sehen wir fangen einfach mal an ah da haben wir den falschen nö das war ja auch nicht so schlecht cool jetzt gehen wir auf ihm check und hauen den damit weg und da kriegt der was ab yes den haben wir auch gleich weggeklatscht jetzt nehmen wir den yes das haben wir geschafft coole sache wir können den auch heilen machen wir das machen wir das nicht ach nö wir gehen auf los wir gehen einfach weiter ja das ist das für ein vieh wie was war das jetzt machen wir mal den hier alter was hat denn der abgezogen habt ihr das gesehen das war auf jeden fall richtig cool jetzt nehmen wir mal die feuerwelle hier bäm kritischer treffer und weiter geht's jetzt sind wir im endkampf oha feuer jägen ich weiß es auch nicht feuer jägen jägen feuer machen wir halt so perfekt den haben wir weg gehauen jetzt machen wir mal pflanze hier klein waren darauf ja ölwe nur abgezogen das war jetzt nicht so doll machen wir gleich den nochmal weg jetzt hauen wir auf den das war nicht verkehrt der kriegt jetzt den hier ab zack und jetzt haben wir nur noch ihn check den nehmen wir ein bisschen im wasser bäm jetzt nehmen wir den hier um ja das war ein guter treffer das haben wir auch geschafft wir haben das auch gewonnen geile sache unsere drachen werden unsere kreaturen werden immer besser hier haben wir wieder was neues bekommen unsere belohnung das sammeln wir gleich mal ein jetzt haben wir hier unsere drei kreaturen die könnten wir auch trainieren wir gucken jetzt einfach mal ja wir gehen gleich ins nächste spiel jetzt sind wir hier und kämpfen gleich mal bin ich mal gespannt jetzt sind das feuer kreaturen ob wir die besiegen können aber ich glaube das sieht ja nicht so verkehrt aus yeah den haben wir schon mal weg gehauen oha jetzt knallen wir auf den würde ich sagen jetzt ist der nämlich weg und jetzt können wir den umklatschen yes weiter geht's wir brauchen eigentlich keinen heilen ich gehe einfach weiter gucken ob wir das auch so schaffen jetzt nehmen wir den und hauen erstmal alle drei eine das war ja cool jetzt sind wir schon im endkampf jetzt würde ich sagen gehen wir auf ihm check und geben ihm eine mit weil das ist der stärkste deshalb soll der erstmal eine mitkriegen machen wir gleich mit dem auch nochmal na er zieht nur drei ab das ist nicht doll und dann kriegt er gleich nochmal eine ab jo sieht sehr schön aus für uns oha oha jetzt kriegen alle drei nochmal eine ab ja die beiden außen haben wir schon vernichtet und jetzt können wir den hier noch vernichten ah der hält ja ein tut durch reicht das ich hoffe es reicht jo das hat gereicht das haben wir auch hier bauen coole sache unsere kreaturen werden auf jeden fall immer stärker wir können sie trainieren hier oben mit den teilen du hast es in die kampf arena geschafft gewinnen und dann in der kreaturen liga beizutreten ok gut ich hoffe euch hat das video gefallen meine kreaturen pimpig natürlich immer weiter umso besser umso besser ist es für mich ich weiß ja nicht was ihr so für kreaturen habt könnt ihr mal reinschreiben würde mich auf jeden fall mal interessieren gut ich hoffe euch wie gesagt euch hat es gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dann ciao